Warum lauft mir den Preistempel? Ich dachte, ihr wolltet die Knolle holen. Dann nicht. Gut, dann könnt ihr auf die Rückkehr warten. Also ich wollte mich pöndenlegen zusammen mit Abelmier. Gut. Ich glaube, das hat ja einige sehr valide Besorgnisse. Ja, na klar, das geht natürlich auch. Und dann warten wir erstmal auf Isarone und dann schauen wir uns die Knolle an. Gut. Ja, nee, dann kannst du dich schlafen. Ich dachte, ich sehste über die beiden. Dann kannst du dich schlafen liegen. Chiara, es kümmert sich so ein bisschen, massiert dir deine Schultern, damit du besonders schnell einschläfst. Zu Abelmier kommt dann nach ungefähr fünf Minuten auch schon ein Bohren geweihter, der dann einen Schlafsägen anbietet. Aber das bekommt Abelmier auch gar nicht mehr mit. Der ist schon vorher eingeschlafen. Einfach aufgrund der Anstrengung des Blutverlustes. Und Ömer und Isarone treffen dann auch irgendwann wieder am Zartempel ein. Das werde ich wahrscheinlich vorfinden, wie ich gerade andere Soldaten mutdürftig verbinde. So, Bericht ist abgegeben. Ich hoffe, die machen was damit. Wen habt ihr denn erreichen können? Ich hab keine Ahnung, wie der Mann heißt. Der hat mich angeschrien, dass irgendwas gemacht werden soll und wie auch immer. Und dann hab ich ihm gesagt, pass mal auf. Da oben, ich hab die Karte gezeigt, da sind eben Varvarena von Mersing und zwei Tatsalbombreiter und 20 Fußgänger, Infanteristen, Infanterissen. Ach, so ein Reichsarmist. Dann wird er garantiert nichts dran machen. Äh, das war schon dort, wo auch die Hexen landen, um ihre Berichte abzugeben von der Aufklärung. Oh Gott. Hoffen wir, das wär's dann. Ich hab das so verstanden, dass dort die Informationen zusammenlaufen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht genau, wie das mit dieser Kriegsmaschinerie funktioniert und denen, wo man was sagen muss. Ich wollte mir auf jeden Fall jetzt noch mal ein paar Hundert Pfeile schnappen und ein paar Unterhütte abschießen, denen. Wir sollten uns langsam entscheiden, was unsere nächste Stelle sein werden. Isarun müsste gleich ankommen, dann werden wir uns mit ihr beraten und dann geht's weiter. Okay. Ja, Isarun kommt dann auch wie gerufen zur Tür herein. Ah, ihr seid schon wieder zurück. Ich musste noch einen kurzen Umweg machen, um weitere Meldungen zu geben von der Front. Ähm, ich habe mit der Hofmager gesprochen, aber ehrlich gesagt, sie weiß selber noch nicht, was sie mit der Knolle anstellen soll. Von daher sitzen wir hier quasi auf Abruf, bis ihr einfällt, was damit zu machen ist. Ja, voller Frau Spurgelsen, wie ist denn die Sache? Was wissen wir denn Montan über die Dunkelheit? Ist die irgendwie magischer Natur? Und, äh, wodurch jetzt steht sie und kann man sie auflösen? Ich nehme mir doch mal stark an, dass sie magischer Natur ist. Ja, hilft da zum Beispiel eine reversalisierte Wettermeisterschaft, wie sie an manchen Akademien gelehrt wird? Oder, äh, hilft anderer Antimagie, die vielleicht gewirrt werden könnte? Denn ich glaube, dass das Preuers-Licht, was ja noch vielleicht scheinen müsste, wenn ich, ich habe das nicht verstanden, weil ich das Zeitgespür, entschuldigt, dass uns das helfen würde, die Untoten, wenn sie langsam verfallen würden. Wenn es tatsächlich eine magische Wolke ist, dann wird eine Wettermeisterschaft eher nicht helfen. Ja. Doch, ähm, es ist eine magische Wolke, so bewegt sich mit dem Feind, also müsste nicht irgendwer der Träger eines solchen Zaubers sein? Das ist natürlich möglich. Vielleicht, vielleicht könntet ihr eine Erfahrung bringen, wenn ich das nicht Untote abschließe, was man über die, was man über diese Wolke bisher weiß und ob man überhaupt was darüber weiß und wer dafür zuständig ist, da was in Erfahrung zu bringen. Das könnte ich wohl tun. Seien wir ehrlich, wir werden nicht in der Schlachtreihe stehen und dort ewig kämpfen. So wie ich uns kenne, werden wir uns in das größte Übel suchen und direkt hineinstürmen. Was ist der Plan? Also, wo finden wir dieses größte Übel und wie kommen wir am schnellsten dahin? Wir können uns entweder wieder auf Station mit der Reiterei begeben. Ich weiß aber nicht, ob sich dort oben... ...derzeit etwas zu tun ergibt. Oder wir geben uns zur vorderen Reihe und schauen, wo sich eine Öffnung ergibt, an der man etwas ausrichten kann. Das sind die Möglichkeiten, die ich sehe. Ja, die muss ich zustimmen. Ja, die muss ich zustimmen. Ja, die muss ich zustimmen. Ich meine, das ist unser Banner gut sichtbar. Hm, doch wenn wir erstmal in der Schlacht sind, werden wir eine Gelegenheit haben, wieder herauszukommen und das Artefakt zu holen. Geil noch. Wir kommen immer wieder raus. Eine andere Frage. Wo bekomme ich hier Pfeile, wenn ich jetzt hier Pfeile verschießen will in die Feinde? Pferdiermeister. Da, wo wir die Pferde abgeholt haben. Okay. Hoffen nur, dass er noch welche hat. Ich habe hier noch keinen einzigen Bogenschützen gesehen von euch Mittellereichern. Ich habe hier nur, ich glaube, Horasische Schützen gesehen. Die verschließen aber diese Bleikugeln. Könnte daran liegen, dass Pfeile gegen die kalten Eureks nicht so gut nützen. Wir haben es ja in den Bergen erst erlebt. Durch Skelete gehen sie einfach durch. Und in Leute, die in Unto oder die kaum noch innere Organe haben, gibt es nicht mehr viel, dass ihr durchschießen könntet. Aber ja, der Quartiermeister sollte sowas haben und wenn nicht er, dann die Leute auf den Mauern. Dort wird es genügend Magazine geben, die voll besetzt sind. Gut. Dann mache ich mich auf den Weg und versuche das mal zu finden. Mir findet mich dann irgendwo da, wo man Bogenschießen kann auf Unto. Wo ist Raphim eigentlich? Er sagt, er wollte sich in die Reihe stellen. Ich habe ihm gesagt, es ist 8 Uhr mehr hier sein. Er ist auf dem Weg. Mitten an die Front. Und ich glaube nicht, dass wir uns um diese Augen machen müssen. Gut, ich werde mich einmal mit den anderen Magiern kurz schließen, ob bereits eine Analyse stattgefunden hat. Ich werde dann wieder zur nächsten Ablöse hierhin zurückkehren. Gut, dann werde ich jetzt noch ein wenig Ruhe finden und um 8 Uhr drücken wir wieder aus. Seid da. Gut. Ich denke, ich werde immer folgen und auf Raphim aufpassen und ihn dann auch herholen, soweit es Zeit ist. Sorgt dafür, dass er nicht versucht, die Untoten zu beißen. Gute Einladen. Ja, so könnt ihr euch dann beim Quartiermeister ein paar Pfeile organisieren, aber eben auch andere Dinge, wenn ihr sie brauchen solltet. Irgendwas Besonderes, was ihr anfordern mögt. Kriegsfeile würde immer bekommen. Darf ich es ja natürlich anders schreien lassen, aber mit der Hilfe von Kiaras... Er übernimmt ganz mal die Jagdpfeile. Er glaubt, dass es bei Untoten unwichtig ist und er erhält auch nicht viel von Kriegsfeilen. Deswegen nehme er sich auch keine mit. Okay. Gut, dann könnt ihr euch, wie gesagt, einreihen. Kiaras möchte dann nicht von hinten kämpfen, sondern von vorne? Ja, ich reihe mich neben. Aber wie mein Decken wie Flanken. Gut. Ja, also könnt ihr euch eingliedern, wie gesagt, bekommt da dann Platz zugeteilt oder seht dann auch, wie Rafim vor euch unglaublich riesige Wunden reinschlägt und dann die Lücken... Ja, kurzzeitig kann er sich sogar ausruhen. Und stellt dann seine zweihändige Waffe neben sich in die... Ja, mittlerweile blutig, schaumig. Die Erde ist schon aufgeschlagen von dem ganzen Blut. Nicht unbedingt das von Rafim, aber das noch eben, was schwarz aus den Leichen weggesickert ist. Dass immer noch wieder Wunderze, die um euch herum wuseln, Leute wegtragen oder auch nur verbinden, damit sie dann provisorisch mit einem blutenden Kopfverband oder Armverwandt dann sich wieder in den Krieg stürzen können. Der Morast ist, wie gesagt, schon ziemlich... Ihr rutscht immer wieder weg. Das ist auch ein Problem, was ihr gerade habt. Es ist dunkel um euch herum, es ist geisterhaft eng. Ein tosendes Lärm, vor allem dann das Scheppern von Eisen gegen Eisen. Von eurer Seite viel Atemgeräusche, viele Rufe, viele Organisationen. Und auf der anderen Seite nur noch das kalte Schlurfen, das Knochenklappern. Rußgeschwärzte Gesichter auf eurer Seite, ein paar Speere, die nach vorne gestoßen werden, Pfeile, die ab und zu herabregnen, Schmerz, Anstrengung, Schweiß. Immer wieder rutscht auch das Schwert aus Raphims Hand. Es ist mittlerweile sehr, sehr schwer geworden. Du kannst dich dann noch so ein bisschen... Du hast den Trick damals in der Arena gelernt. Du greifst nochmal, wenn du so eine kleine Auszeit hast, greifst du in den Sand bzw. in den Matsch und reibst dir ein bisschen deine Hände ein, damit du da ein bisschen mehr Haftung hast und kannst dann damit weiterkämpfen. Als du siehst, wie Kiaras neben dir auftaucht. Karinor! Kommen sie links, kommen sie links, da sind gerade wieder viele. Ach, blöde Mistviecher. Gut, ich deck dir den Rücken. Habt ihr euch auch entschieden, wo ist der Rest? Die verpassen ja alles. Die kommen nach, die kommen nach. Aber du siehst nicht mehr frisch aus. Trink lieber was zwischendurch. Ein endloses Schlachtfeld, wie Korra es versprochen hat. Und schon in dieser Ebene. Wir sind gesegnet, mein Bruder, gesegnet. Nun, dann lass uns ein paar mitnehmen. Alle! Alle! Auf ihm reißt du den nächsten Ghoul um. Immer, du siehst, wie wohl neben dir ein besonders junger Schütze steht. Um die 14 muss er wohl sein. Gerade dem Knabenalter noch entwachsen. Steht wohl neben dir und versucht dann die Bögen zu verschießen, beziehungsweise die Pfeile zu verschießen. Seine Hände zittern. Er ist schweißnass gebadet. Er hat Angst. Er hat unglaubliche Angst. Er zittert. Das kann nicht gut gehen. Immer legt ihm die Hand auf seine Hand, die er sozusagen an Sehne und Pfeilende hat, und drückt mit seinen Fingern sanft zu, dass sozusagen der Pfeil sich nicht lösen kann. Zieh etwas höher. Dann triffst du die Untoten und wir schaffen das. Okay. Okay, mein Herr. Danke. Noch ein kleines Stück höher. Genau so. Dann schießt du über die Köpfe hinweg und triffst die Untoten im Hintergrund. Mir wurde gesagt, ich soll mein Auge gar nicht mehr zumachen. Ich soll einfach nur noch Pfeile reinschießen, aber dann treffe ich ja keinen. Du musst gucken, dass du über die Menschen, unsere Menschen darüber hinweg schießt. Dass wir auch keine unteren Leute in den Rücken schießen. Und sofern du anderen zwei seine Untoten triffst, tust du deinen Dienst. Und dann erklärt er noch. Ich hab das Gefühl, das ist so nutzlos. Es sind nur viele. Es sind nur viele. Aber wir sind die guten. Ich hab gesehen, wie einer der Pfeile in der Brust von einem steckte. Und er ist trotzdem weitergewankt. Ich mein, da vorne der Riese hat ihn zwar auch dann gefehlt, aber das war einer von meinen Pfeilen. Und er steckte in der Brust auf Herzöhe und das hat trotzdem nichts gebracht. Untote funktionieren anders, mein Kind. Untote brauchen richtig viele Pfeile oder richtig starke Schwerthiebe. Deswegen mehrmals treffen ist wichtiger. Und alles immer treffen ist wichtiger. Und das entlasse die Leute. Untote müssen nicht zerprügelt werden und zerschossen werden. Weitermachen. Du machst es gut. Glaub daran, die Götter sind mit uns. Und du tust hier Korsdienst im Kampf gegen die Untoten. Wir füllen mal Heilkunde Seele. Mal schauen, wie wir das können. Heilkunde Seele besitzt er nicht. Ah. Dann darfst du ableiten. Es war eine gute Rede. Trotzdem, wenn du ein Talent nicht hast, dann... Charisma plus 7 erleichtert um 2. Also Charisma plus 5. Aufgrund der guten Rede. Nein, das hilft nicht wirklich. Ja, der Junge ist wie gesagt verzweifelt. Er nickt dir zu. Du siehst aber immer noch, wie seine Hand zittert und wohl nicht sein... Sein Gedanken gehorchen will. Sein Körper reagiert einfach nicht. Du siehst dann wohl auch, wie so eine kleine Pfütze sich neben ihm am Bein bildet und dann rutscht ihm der Pfeil ab. Raphim, du hörst neben dir ein plockendes Geräusch. Ömer, du kannst erkennen, wie wohl eine der Swafnir-Geweihte stand wohl irgendwo neben Raphim. Guckt sich um. Hat es nicht ganz verstanden. Sie blickt in deine Richtung. Du siehst, wie etwas aus ihrem Kopf rausragt. Und dann bricht sie auf die Knie zusammen. Verdammt, Löke! Und ich rücke mal in ihren Streit über sie drüber. Scheiße! Ich brauche hier Männer! Ich versuche sie mal so mit meinem Fuß zurückzuschieben und die Gule vor ihr umzubringen. Löke! Oh, scheiße. Ömer, neben ihr stand ein Walwütiger. Das rote Band. Ja, klute und diese blaören! And ihr spürt, wir schnappen achtantage! Ah, nicht! No! Kultelilvar! Legiones rede! Legiones rede! Oh, nein! 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 Initiative Rafim, Yaras, Oema Dann würfel ich für meinen Wahlwütigen auch mal. Sie ist die Geweihte sofort tot. Du möchtest zu der Geweihten sprinten? Ja, wenn ich sie retten kann, möchtest du sie retten. Dann machst du eine Aktion Position, kannst dich dann die ungefähr 4 Meter also jetzt ist es dann nicht mehr 1 zu 10, nicht mehr 1 zu 1, sondern 1 zu 10 kannst dich dann neben sie stellen in einer schnellen Bewegung und knies dich neben ihr ab. Sie ist wohl noch nicht tot. Hast du vorgezogen. Die anderen können erkennen, der wahlwütige Troll-Wulf-Rotkopf ist mit seiner Initiative unter euch. Er muss handeln. Ihr könntet vorziehen. Hammerschläge. Ich will vorziehen. Ich möchte... Auf wen macht er die Hammerschläge? Auf mich nehme ich an, richtig? Zwei auf dich, eine auf und rote. Ich möchte den Herrn umreißen. Tu es. Vier erschwert natürlich, wegen Umreißenmanöver. Ja. Da der Mann nicht pariert, wenn er wütig ist, fällt er um. Ja. Er fällt um. Ja. Na, die Gewandtheit darf er noch machen. Ja, stimmt. Du hast recht. Ah ja, gut. Warte, lass mich meinen Schaden auswürfeln. Um 11 Schwert. Könnt ihr vielleicht sogar schaffen. Freies Ausweichen ist, glaube ich, auch nicht drin, ne? Ist dir die Gewandtheitsprobe erschwert? Um ein Schadenswert. Äh, ja. Ne, das schafft er nicht. Ja, dann reißt du ihm, äh, in einer blitzschnellen Entscheidung, reißt du ihm die Beine weg und siehst, wie seine Augen rot funkeln. Ja, mein nächster Angriff geht dem Untoten, der jetzt neben mir steht, weil die Linie kann ich nicht vernachlässigen, nur weil der jetzt einen an der Flanke hat. Ja. Gut, dann bist du durch. Ähm, er hat natürlich dich angreifen wollen. Äh, das hat so nicht funktioniert. Er würde sich versuchen aufzurappeln. Ähm, seine Waffen hat er nicht verloren, zumindest nicht regeltechnisch. Das heißt, er muss nur aufstehen. Ja. Hinkern, dass er 2-6-inni verliert. Das ist richtig. Ähm, 2-6-6 oder 4? 2-6, wenn er fällt. 2-6, dann ist er jetzt auf der 12. Nur für eure Informationen. Hör mal. Ja, äh, Hör mal sagt, bleib hier, hängt sich den Bogen um und, äh, in eine Aktion und geht eine Aktion näher ran. Äh, wie ist das hier? Sind das jetzt 30 Meter oder sind das 3 Meter? Das sind 3 Meter. Das ist eine 8 Meter, die er kann. Oder, immer hat, glaube ich, immer kann 9 Meter. Hält er Geschwigkeiten 9. Ja, bitte. Deinen 9 Attributen, glaube ich, ne? Ja, wegen Gewandtheit 16. Dann ist er 9 Meter gelaufen mit einer Aktion hat jetzt noch, äh, zwei freie Aktion, drei freie Aktion übrig. Mhm. Äh, aufstehen kann ich mit einer Gewandtheitsprobe in einer Aktion machen? Ja. Ja, das ist wichtig. Dann würfel ich die einfach mal. Wartei, der Schwedt und B. 17 habe ich nicht geschafft. Dann brauche ich zwei Aktionen. Und würde am Ende der Kampfrunde würde ich wieder stehen. Es gibt aber noch... Du schaffst es nicht aufzustehen. Das heißt, du kannst dich jetzt entscheiden, einfach nochmal in einer Aktion aufzustehen oder jetzt die zwei Aktionen aufstehen anfangen. Ich dachte, nach der zweiten kann ich automatisch aufstehen. Wenn ich eine Gewandtheitsprobe schaffe, dann in einer und wenn ich sie nicht schaffe, dann in zwei. So habe ich das auch immer interpretiert. Also du versuchst, in einer Aktion zu machen. Wenn du es nicht schaffst, dann gehst du erst auf die Knie in einer Aktion und danach stehst du komplett sozusagen auf in der zweiten Aktion. Genau. So, äh, weiter geht's. Rafim hat eine zweite Aktion den Untoten zusammenhalten. Du hast aber drei Aktionen. Ja, wieder den nächsten Untoten. Ich meine, da wird jetzt ja eine große Lücke sein, weil der Typ ja nicht mehr Untote angreift. Genau das. Also weder der Wahlbütige noch die Swafnike Weite und Kiaras tut da auch gerade nichts. Auch Kiaras hat neben dir gerade die Position verlassen. Ömer ist zwar hinter dir, das kannst du noch irgendwie spüren. Ömer hat noch zwei Aktionen. Kiaras hat auch noch eine Aktion und könnte jetzt irgendwas wie ziehen oder... Äh, ich... Drei, zwei... Äh, ich hau ihren Heiltrank in den Rachen. Mhm, greifst du von deinem Gürtel. Ich greife von meinem Gürtel und stecke ihn sofort in den Mund. Ich glaube, das dauert vier Aktionen, wenn du irgendwas vom Gürtel ziehst. Äh, kannst du mir aber mal eine Fingerfertigkeitsprobe geben. Dann erlaube ich es dir auch in zwei. Ja. Ähm, beschädigen gibt es bei solchen Proben nicht. Möchtest du... Das ist automatisch. Äh... Genau, genau. Ich weiß, ich weiß, dass es automatisch ist. Es ist jetzt nur die Frage, ob du das chippieren möchtest. Ja, komm, ich chippe das. Weil mit einer 20 würde ich dir den Heiltrank dann doch abnehmen. Äh, so dauert das einfach doch nur die ganzen vier Aktionen. Ömer hat noch freie Aktionen zum Schritten oder zum Sprechen? Freie Aktion lässt er sich, um ausweichen zu können. Gut. Dann nächste Kampfrunde. Der Torwader steht wieder. Hat seine Waffe in der Hand. Ich will wieder vor ihn ziehen und ihn umreißen. Gut. Ja. Das gelingt. Dann kann er wieder eine Gewandheitsprobe machen. Die hier ist jetzt um 15. Mit einer 1 kriegt er das hin. Nein, dann liegt er wieder am Boden, verliert wieder 2 W6. Ja. Hör mal, Kiaras. Kiaras muss zuerst, glaube ich. Hallo? Ja, ich denke mal, da ich vier Aktionen brauche, um den Heiltrank zu ziehen, Dave weiter den Heiltrank ziehen. Hör mal. Ja, Hör mal will auf jeden Fall einige Schritte noch hier ran, aber bleibt auf jeden Fall, so wäre es ganz dran, 32, dann anderthalb Schritt entfernt von dem Mann, weil die Waffe hat ja auch eine gewisse Reichweite, nicht, dass er auf mich schlägt. Das war ein Unfall, Rafim. Wir müssen den Mann beruhigen. Ich habe gerade was zu tun. Zwei, drei Untote stürmen auf dich zu und jetzt würfel ich für die Ghoule tatsächlich mal. Ich gebe dir drei Stück, sie treffen auf die 10. Eins, drei. Das ist nicht getroffen, sie geben ihre Paraden auf und greifen nochmal an. Mit einer plus vier treffen sie nur auf die sechs. Das ist zweimal genommen. Ja, dann einmal kann ich ja easy parieren. Die habe ich ja. Oh, treffen mich beide leider. Ja, sind sechs und sechs wo? TP. Schauen wir mal nach. Kampf, Trefferzone, Trefferzone. Linkes Bein und Schildarm. Beides sechs hat den Schaden jeweils? Genau, das sind und 1d6 plus 2 TP. Verbeißen sich beide in der Rüstung. Habe ich mir gedacht. Gut, dann habe ich meine gewürfelt. Du hast pariert und hast es zumindest versucht. Eine Aktion hast du, glaube ich, noch? Ja, ich würde nochmal versuchen, einen Untoten zu zerschlagen. Soll ich das würfeln oder ist jetzt bei den Untoten? Musst, also du wirst höchstwahrscheinlich treffen. Es geht einfach nur darum, dass sie dich jetzt auch angreifen. Die Gewandheitsprobe vom Thorvaler ist zumindest gelungen. Er steht wieder und er orientiert sich. Kann er nicht. Kann er nicht. Du hast richtig. Er kann Atem holen, er kann Wuchtschläge. Nee, das ist richtig, er kann nicht parieren, er kann sich nicht orientieren. Er ist weiterhin auf der, was hatte ich gewürfelt? Hatte ich die 2W6 schon gewürfelt? Ja, ne? 7. Ja. Das heißt, er ist bei 12 minus 7, dann ist er auf der 5. Ja, dann kann er dich noch einmal angreifen mit einem Hammerschlag. Ja, das kann er leider. Das ist gelungen. Dann macht er jetzt eine Streitachse ist 1W6 plus 4. Hat sich keine Ansage gegeben, weil ich glaube, das kann er gar nicht. Doch Wuchtschläge darf er wie er will, ne? Wuchtschläge darf er aber hat er schon einen Hammerschlag. Genau. Sind 10 mal 3 beziehungsweise ja genau, erst mal 3 und dann die Rüstung abziehen. Also wie viel Schaden macht er mir? 30. Wo? In den Schilder. Das sind 23. Warte mal. 23 sind... Warte mal, meine Consti muss er... Meine anderthalbfache Consti, danach gibt's 3 Wunden, richtig? Ne, also du musst es erstmal mit der einfachen Consti vergleichen, plus 2, damit du sozusagen gucken kannst, ob du... Also das ist das TP. Jetzt gib mir erstmal die Rüstung, die du auf dem Schilder machst. Äh... 7. 7, das heißt, es sind noch 23. 23 Schaden macht er mir noch. Das ist so eine Consti? Äh... 17 und eisern. Also 19 sozusagen, wenn er 19 beschreitet, hast du 2 Wunden bekommen. bekommst du. Wenn du das anderthalbfache plus 2 und danach noch plus 2 rechnest, äh... dann würdest du 3 Wunden bekommen, das bekommst du aber nicht. Bekommst du nicht. Das sind so 2 Wunden auf deinem Schildarm, das ist eine Selbstbeerschungsprobe. Ja. Jetzt muss man die einfache Wundschwelle betrachten. Die einfache Wundschwelle ist ja sozusagen 11. Da ist er ja sozusagen 12 Punkte drüber, also eine Selbstbeerschungsprobe ist um 12. Hilft dabei jetzt Wunden ignorieren? Nein, Schmerz, Schmerz unterdrücken würde helfen. Okay. Ja, schaffe ich nicht. Dann wirst du für 1 W6 plus 3 Kampfrunden lang kampfunfähig. Ja. 9 Runden. Du kannst die 18 chippen. Du kannst auch von ihm den Schaden chippen, auch das würde gehen. Du kannst, quasi kannst du eine ganze Menge chippen. Äh, ja, 18 würde dann für dich bei dir auch gehen. Ich meine, für den Schaden ist jetzt ein bisschen schwer. Du würfelst ja sowieso auf die Kunst, die 17 fehlt nur ein Punkt. Ja, komm, scheiße. Ich chipp die 18. Ja, dann ist es zumindest geschafft. Jetzt kannst du deine Wunden ignorieren, das ist die gleiche Probe nochmal, jetzt zählt aber deine Talentspezialisierung. Ne, die Probe ist erschwert um Wunden mal 4. Ja, schaffe ich auch nicht. Dann kannst du dir die Wunden reinhaken, du kannst weiterkämpfen, musst aber die Erschwernisse in Kauf nehmen. Ja, klar. Und wir haben die nächste Kampfrunde. Kierras hat den Heiltrank entkorkt und ihn in den Mund geschüttet mit der ersten Aktion. Nächste Aktion, Kierras? Ich möchte sie wegziehen von der Frontlinie. Wegziehen, okay, habe ich mir schon gedacht. Ömer, du siehst wie 1, 2, 3 Hammerschläge, na, sagen wir 2 Hammerschläge vom Torwala auf Rafim und die anderen gehen auf den ich mache mal ein Plus oder ein Minus, vielleicht trifft er sogar seine eigene Swafni-Geweite. Er macht einen Hammerschlag auf seine Swafni-Geweite, das ist der erste. Okay, darf ich? Statt die wegzuziehen, das parieren. Kannst das auch versuchen zu parieren, dann würdest du aber auch den Schaden von ihr fressen. Er hat eine Streitachs, oder? Er hat eine Streitachs, das ist ein Hammerschlag. Das kann er nicht parieren. Auch, Streitachs ist noch eine Heepfeufe. Das ist eine eine Heepfeufe für Streitachs. Also ich würfel erst mal, ob er überhaupt trifft. Er trifft. Aber ich kann ihn doch noch vorher umreißen, oder nicht? Ja, klar, er hat jetzt die, ich muss gerade gucken, ist deine Initiative gesenkt? Nee, du hast die Wunden ignoriert. Nee, du hast du nicht. Schatten, nee. Kriegst du dann noch, du wirst wahrscheinlich mit der Initiative höher sein, also du könntest das jetzt noch versuchen, wieder aufzuhalten, ja. Ja, ich versuche ihn umzureißen. Gut, dann ist das das erste, was du tust. Das gelingt. Ja. Dann liegt er am Boden und kann den Hamaschlag nicht vollenden. Immer, Rafim, Kiaras, du hattest gesehen, dass er jetzt auch in seiner Wahlwut gegen die eigene Swafni geweihtet, die die ihn eigentlich beschützen soll und wegen der er eigentlich in diese Wahlwut verfallen ist. Ich benutze zwei freie Aktionen. Rafim, schieb ihn in die Toten. Also ich denke mal, der muss jetzt erst mal seine, ja, wird er nicht schaffen. Dann ist er jetzt auch mit der, er ist noch nicht auf Null, Initiative zwei. So, dann gebe ich dir noch mal drei Untote. Eins, zwei, drei. Habe ich befürchtet. Die würden alle beim ersten Mal treffen. Eins, drei und sie verzichten auf ihre Parade. Das trifft nicht, aber es sind trotzdem drei Stück. Eine Eins kann aber trotzdem bekritten. Ja, die Eins ist ein untoter, ist ein, ja doch, ich werde die Eins trotzdem noch mal angucken. Ist nicht bestätigt, ich sind trotzdem drei Aktionen. Oh, oh, 8, 8, 8, 1, 2, 3. Oh, der Kopf. Ja, ist aber nur die 19 Kopf, nicht die 20 Kopf. Ähm, okay, 8, 8, 8. Noch mal, ja. Ähm, ja, hab ich. Äh, was heißt hab ich? Eingetragen. Eingetragen, okay. Äh, wie viel Lebensdruck hast du noch? 8. 8. Ja, Ömer, du darfst noch. Ja, äh, Ömer will jetzt ganz gern dahin springen und versuchen, äh, mit so einer Art, äh, Dropkick-Move, also sprich, er will dahin rennen und sich dann sozusagen im Rennen fallen lassen mit den Füßen voran gegen den Torwaller, um den Torwaller in die Untoten rein kullern zu lassen. Boah, er liegt am Boden, ist ein, äh, Raufen, Attacke, minus 5, mit der Dunkelheit. Die Dunkelheit sind 6 Punkt, der Schweren ist eigentlich für alles, hat aber auch niemand bisher die ganze Zeit beachtet bei all den Attacken, die sie geworfen haben, gegen ihn. Das stimmt, ich geb dir einfach mal deine minus 5. oder ich gebe dir einfach mal deine��� dich mit kunnen sej neden Gip Dig 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 a Hinsichtlich Dig 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 Dig. Vielen Dank.